Ja, und Telegram ist jetzt in den letzten Tagen immer wieder von mehreren Politikerinnen und Politikern angesprochen worden. Deswegen wollen wir uns die Plattform, diesen Messenger-Dienst ein wenig genauer ansehen und zwar mit Thomas Lohninger, Geschäftsführer von Epicenter Works und mir via Skype zugeschaltet. Vielen Dank für die Zeit. Hallo, guten Tag. Herr Lohninger, vielleicht ganz kurz, damit die Menschen, die nichts mit Telegram zu tun haben. Können Sie uns kurz umreißen, was hinter Telegram steckt, also auch wer es betreibt, woher es kommt, nur damit wir kurz die Eckpunkte geklärt haben? Ich kann es probieren. Leider gibt es bei Telegram einige offene Fragen. Also wir kennen den Gründer, der hat auch einen Blog, wo er sich regelmäßig auch politisch äußert, aber wo die Entwickler sitzen und wer genau das Ganze finanziert, ist leider ein bisschen im Umklaren. Telegram ist einerseits ein verschlüsselter Messenger, also ähnlich wie WhatsApp oder Signal, in der Hinsicht. Das ist aber kein Messenger, den ich sonderlich empfehlen würde, weil die Verschlüsselung dort fragwürdig ist und wir auch wissen, dass Telegram mit Strafverfolgungsbehörden kooperiert, wenn es um die Beerauskunftung von Daten geht. Und die zweite große Funktion, die auch in Ihrem Beitrag vorher angesprochen wurde, ist das, wo Telegram fast wie ein soziales Netzwerk wie Facebook oder wie YouTube operiert und eben Menschen erlaubt miteinander in großen öffentlichen Gruppen sich auszutauschen. Und da fällt Telegram auf, indem es so gut wie gar nichts für die Moderation der Inhalte seiner Nutzer tut und es dort eben auch wirklich problematische, illegale Inhalte gibt und ja, diese auch so gut wie gar nicht von Telegram entfernt werden. Und es gibt auch immer wieder Meldungen von Strafverfolgungsbehörden, dass auch wenn ein Gericht entschieden hat, es sehr schwierig ist, Inhalte von Telegram offline zu nehmen. So ist es. Also warum Telegram das nicht offline nimmt? Naja, einerseits hat dieser Messenger sich auf die Fahne geschrieben, halt eben wirklich für die Meinungsfreiheit zu stehen und das ist an sich ja etwas Gutes. Telegram, man muss auch sagen, dass es wirklich ein essentielles Tool ist für Demokratiebewegungen, gerade in den Ländern, wo Russland eine Gefahr darstellt, sei das die Ukraine oder jetzt auch andere Regionen dort. Da ist es einfach so, dass wir Telegram auch vor Ort oft von Menschenrechtsaktivistinnen, von Journalistinnen in der Verwendung sehen. Russland hat auch schon mal probiert, Telegram zu blockieren. Sie sind damit gescheitert, weil Telegram sehr gut darin war, diesen Zensurversuchen zu entgehen, indem sie sich einfach auf anderen größeren Cloud-Dienstleistern versteckt haben mit ihrem Service. Insofern, es ist nicht nur schwarz an der Stelle und Telegram ist natürlich, so wie das gesamte Internet, auch etwas sehr Positives, dass es auch erlaubt, Menschen eine Stimme zu haben. Und ich glaube auch, dass viele der Phänomene, die wir jetzt in der Corona-Pandemie bemerken, nicht wirklich mit Technik zu lösen sind. Wir haben genauso auch Facebook-Gruppen, wo wir Ähnliches lesen können. Weil man jetzt Telegram immer so als das große Böse wahrnimmt, ist es Ihrer Meinung nach das gar nicht, wenn Sie sagen, es hat schon auch viel positive Seiten. Wie muss man mit Telegram allgemein umgehen? Wie sollte man es sehen? Also ich glaube, Telegram ist an den Stellen, wo es ein soziales Netzwerk ist, wo es öffentliche Gruppen gibt, wo ich mit einem Klick beitreten kann und da wirklich viele Menschen miteinander sich austauschen. Da sollte es auch den neuen europäischen Regeln im Digital Services Act unterliegen. Das sind die Regeln für soziale Netzwerke, wie man mit illegalen Inhalten umzugehen hat. Und da geht es auch wirklich um Qualitätsstandards, da geht es um Grundrechtsschutz auf solchen Netzwerken. Und diesen Regeln sollte Telegram sich eindeutig unterwerfen. Und da muss man auch überlegen, wie man als europäischer Wirtschaftsraum sich gegenüber so einem Anbieter durchsetzen kann. Aber der zweite Bereich, wo es um private Kommunikation zwischen einzelnen Individuen geht, ich glaube, da ist es ja wirklich der falsche Schritt, wenn man sagt, hier soll die Privatsphäre nicht mehr gelten. Und was zwei Menschen sich untereinander erzählen, ich glaube, dass da der Staat nicht wirklich moderierend eingreifen soll. Jetzt ist das Ganze schwierig abzuwägen. Man merkt schon, auf der einen Seite versucht man irgendwie mehr einzugreifen, auf der anderen Seite Datenrechtsschützen schwierig. Inwiefern wägt man denn so etwas ab? Auch Ihrer Meinung nach, kann man das überhaupt abwägen? Es ist bei diesen Dingen einfach wirklich wichtig, dass man genau unterscheidet, wovon man spricht. Was ist die Natur dieses Dienstes? Wie ist der auch rechtlich einzuordnen? Und da bin ich durchaus auch ein bisschen verwundert von Aussagen, zum Beispiel von Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka, der meint, man sollte soziale Netzwerke pauschal unter so ein Redaktionsprinzip stellen. Also was er damit meint, ist, man müsste eigentlich die haftbar machen für die Inhalte ihrer Nutzerinnen und Nutzer. Und damit kann man halt das Internet abschalten. Also solche politischen Forderungen, wenn man sich ein bisschen mit dem Internet auskennt und weiß, wie das funktioniert, von welcher Anzahl an Post wir da pro Sekunde reden, auf Netzwerken wie YouTube oder Facebook oder Twitter, weiß man einfach, dass das nicht funktionieren kann. Da müsste man das Internet zurückbauen in so etwas wie Kabelfernsehen. Und das will ja keiner. Also wir brauchen adäquate Lösungen für diese Probleme. Die EU hat hier mit dem Digital Services Act etwas sehr Gutes vorgelegt. Und in Wirklichkeit müsste man den jetzt nur mit Bedacht auf die Grundrechte schnell fertig verhandeln. Und ich glaube auch, dass das dieses Jahr passieren wird. Jetzt haben wir vorhin Karoline Edstadtler gehört. Sie haben schon Wolfgang Sobotka auch angesprochen, der auch sagt, man muss politisch dagegen vorgehen. Die deutsche Innenministerin, die spricht von einem Abschalten als Ultima Ratio. Was halten Sie von diesen Forderungen, die es da rund um Telegram gibt? Und vor allem, ist es überhaupt so einfach machbar, dass man Telegram absetzt, abschaltet? Wie gesagt, andere Staaten, darunter auch Mächtige wie Russland, haben sich daran schon die Zähne ausgebissen. Und ich glaube auch nicht, dass es für Europa, für den Ort mit ganz hohen und wichtigen Grundrechten, die bei uns im Verfassungsrang sind mit der Europäischen Grundrechte-Charta, jetzt wirklich angemessen ist, so einen Dienst wie Telegram abzuschalten. Weil der allergrößte Teil der Inhalte, die auf Telegram ausgetauscht werden, sind legale Meinungsäußerung, sind komplett unbedenkliche Inhalte. Wir reden hier wirklich von einem geringen Prozentsatz, wo diese Werkzeuge halt eben auch problematisch oder illegal genutzt werden. Deswegen den ganzen Dienst abzustellen, wäre es so, als würde man eine Zeitung oder einen Radiosender abschalten, weil da einmal etwas Illegales ausgestrahlt oder abgedruckt wurde. Das wäre einfach überschießend. Insofern geht es hier darum, die richtigen Instrumentarien zu finden und nicht pauschal einfach drauf zu haben. Vor allem, weil Telegram dann an anderer Stelle neu auftauchen würde. Solche Messenger zu bauen, ist heute nicht mehr so komplex. Also damit löst man das Problem einfach nicht. Also Sie würden sagen, man würde einfach ein neuer Messenger-Dienst kommen, auf den dann diese Menschen dorthin wandern. Genau. Vielleicht noch ganz kurz, inwiefern ist jetzt Ihre Empfehlung, Sie haben gesagt, man muss die richtigen Mittel finden, den richtigen Weg finden, damit vorzugehen. Auf der einen Seite ist es natürlich schwierig, das abzuschalten, ist auch nicht sinnvoll, wie Sie sagen. Auf der anderen Seite ist es auch schlecht, wenn man gar nichts dagegen macht. Inwiefern kann man da einen Mittelweg finden oder was würden Sie sich vorstellen? Also die Frage der Inhaltsmoderation ist wirklich eine der schwierigsten in der Netzpolitik. Und es gibt gute Ansätze da auf dem Tisch von uns, von ERE, von AccessNow, von allen NGOs und Menschenrechtlern, die sich mit diesem Problem seit Jahren beschäftigen. Und die finden sich in Ansätzen auch schon in dem europäischen Gesetz, dem Digital Services Act. Im Kern geht es bei der Sache darum, dass man nicht mehr oder weniger löscht, sondern die Qualität der Inhaltsmoderation steigert. Im Moment passiert das in Niedriglohnländern und die Moderatorinnen haben teilweise nur wenige Sekunden, um über ein Posting zu entscheiden. Das reicht nicht. Hier muss man wirklich gezielt vorgehen, sodass das lokal Angestellte, gut geschulte, teilweise auch juristisch geschulte Personen sind, die wirklich da gute Entscheidungen treffen. Und da, wo es wirklich problematische Inhalte und Entwicklungen geht, muss man auch entgegentreten. Wir sehen zum Beispiel, dass das Standardforum ein gutes Beispiel ist, wie in Österreich gut moderiert wird. Und da geht es teilweise eben nicht um das Löschen von Inhalten, sondern um das Hervorheben von positiven Kommentarbeiträgen. Also sowas wie Community Policing, dass man einfach sagt, ich versuche auch aktiv positiven Diskurs zu fördern. Es geht auch ganz oft gar nicht darum, muss das jetzt gelöscht werden oder nicht, sondern wie wird es kuratiert. Bei YouTube und bei Facebook ist es oft so, dass das, was mir angezeigt wird, also was in meinem Newsfeed kommt oder welches YouTube-Video mir als nächstes vorgeschlagen wird, dass da schon ganz viel Einfluss genommen wird, welche politische Einstellung die Leute zum Beispiel haben. Ob sie vielleicht in eine verschwörungstheoretische Richtung abgleiten. Das sind nicht nur meine eigenen Freunde oder mein Umfeld, sondern teilweise eben auch radikalisierende Medien, für die das alle auch ein Geschäft ist, da die Leute eben in diese Richtung zu drängen. Also ganz oft geht es auch um die Geschäftsmodelle der Firmen. Die muss man sich genau anschauen. Und zum Beispiel auch zielgerichtete Werbung ist eines der Dinge, die wir gerne reguliert sehen würden, weil oft wird ja nur unsere Aufmerksamkeit verkauft. Das ist das wahre Geschäftsmodell von Facebook und Google. Und auch da geht es einfach darum, mal dahinter zu schauen und sich zu fragen, was für ein Geschäft wird damit verdient. Also man merkt, es ist und bleibt auch weiterhin hochkomplex. Vielen Dank, dass Sie trotzdem ein wenig Licht in die gesamte Sache gebracht haben. Thomas Lohninger ist das gewesen. Dankeschön für das Gespräch. Liebe Grüße. Vielen Dank.